Hey Leute, was geht? Es ist gerade keine Ahnung wie viel los ist, also lasst uns zocken, wir machen endlich wieder weiter mit Outlast, da wo wir das letzte Mal aufgehört haben und natürlich, ja, diesmal bin ich nicht im Bild, nein, natürlich bin ich im Bild, ich kam nur grad von der Seite, ne? Naja, wir stürzen uns wieder rein in das geile Game Outlast, ja, es fängt schon wieder, wo haben wir denn zuletzt aufgehört, das ist jetzt die Frage, ich weiß es nämlich nicht genau, ich hab schon lange nicht mehr gespielt Outlast, es kam auch einen Tag jetzt aus, was denkt kein Video hoch, aber ich hoffe, das hat uns nicht gestört, ich hoffe nur, ich weiß es, okay, sieht nicht sehr berauschend aus. Ah, komm, komm, ach, ja. Alter, das sieht man wieder... Ghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Wo müssen wir überhaupt hin? Was war das gerade? War gerade einfach nur helles Licht. Ah, ne Batterie! Allerdings habe ich ne Batterie, jetzt haben wir wieder 3 von 10, aber die eine ist... Also die dritte wird jetzt gerade angebraucht. Angebrochen, exakt. Verdammt, ist jemand. Oh fuck, Alter, oh fuck. Ah, da spielt gerade jemand Terraria. Muss ich jetzt wirklich runter gehen? Ich habe irgendwie keine Lust da runter zu gehen, ehrlich jetzt, weil... Ach, das war Wasser eben. Alter, wollen mich alle verarschen. Jung. Ah! Oh, Alter! Alter! Alter, habe ich mich sofort erschrocken. Ich habe gerade das erstmal wieder angefangen und ich bin wieder sofort drin im Spiel. Ey. Alter, Alter, dieses Spiel reißt mich einfach nur rein ins Geschehen, Alter. Ich habe mich sofort erschrocken beim kleinen Tropfen, obwohl es nur Wasser gewesen ist. Ich... Ja, man merkt schon, ich steigere mich in diese Horrorgames immer... Ich glaube, man merkt schon, ich steigere mich in diese Horrorgames total rein, weil ich finde, in Horrorgames muss man sich reinsteigen, weil sonst geht das eigentlich gar nicht klar, weil sonst kann man das nicht spielen, sonst macht es keinen Fun. Also, ich hoffe, es gefällt euch also... Ich bleib mal hier am Rand. Ich weiß nicht, ob wir hinwissen. Der Kettenmann wieder. Ich höre ihn. Der fett ist der Fettsack. Er atmet laut halt, so ist er irgendwo in der Nähe. Woher muss ich hin? Das ist die Frage, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Oh, scheiße, oh scheiße, ehrlich, oh scheiße. Ich glaube, ich bin gleich einmal in den Kreis gelaufen. Ah, Mann, ey. Können wir da hoch? Können wir da hoch? Ne, da können wir nicht drauf. Oh, Mann, ey. Entschuldigung, dass ich gerade irgendwie leiser bin, aber das ist nicht... Nicht ganz geheuer in mir hier gerade. Ich gehe einfach in die Mitte, einfach in die Mitte. Da. Die schnellen Batterien nachladen. Schnell den Kettenmann, stell den Kettenmann. Fuck, der ist auch im Wasser. Der ist auch im Wasser. Der ist auch im Wasser! Habe ich doch gesagt, der ist auch im Wasser. Oh man, ey, habe ich wieder gewusst, dass er im Wasser ist, der fette Fettzag. Was ist mit dir los? Hey, komm mit. Du siehst aber nicht mehr ganz beraussend aus. Hallo? Und mit der Musik halt ich mal wieder auf. Aber zum Glück bin ich in die Mitte gegangen, da musste ich auch hin, so ist das was wie cool. Mädchenabteil, also... Ah, ja, ich dachte er macht nix. Nö. Waren wir so richtig neblig? Den Typen verstehe ich jetzt nicht so ganz. Der rennt zu mir, haut mich einmal und rennt wieder weg. Alter, alter. Ey, was passiert? Ich heule, ist alles okay. Alter, noch weiter nach unten, wollt ihr mich alle verarschen? Warum muss das nur noch mehr Blut sein? Warum? Nein, warum? Da war grad jemand. Schreibtisch hier, hallo YouTube, ich bin nackt. Aha, okay. Oh fuck, alter. Ich schreibe kurz zurück. Nehme. Nehme. Game. Gerade. Gerade mit hier. Gerade auf. Alter. Junge, Junge, Junge. Wohin läuft der? Der sieht doch nix, oder? Warum muss hier nur so viel Blut sein? Ah. Das war falsch. Das war falsch. Ich werde das. Hier war irgendetwas. Ich hab das gespürt. Ich hab das gespürt, dass hier irgendwas war. 100 Pro war hier was. Oh, scheiße. Was ist hier nun passiert? Gehen wir jetzt wieder nach oben? Mädchen-Trakt. Hier. Hey, mein Kumpel, was ist mit dir passiert? Alter, Mann. Warum hab ich so schnell aufgemacht? Das hätte sein können, dass hier eine Batterie ist oder so. Oh, fuck, ey. Alter, wäre es so schön, war zu sein, nach oben zu kommen, ne? Nein, hier mach ich das Ding noch nicht weg. Alter, was ist hier nur los? Was passiert hier? Und ich glaub, hier waren noch mehrere, die gucken wollten, was hier passiert ist. Da liegt ne Kamera. Da hat grad jemand geklappt, aber ich wusste dadurch. Oh, fuck. Warum zock ich so was nur? Warum zock ich so was? Mal ehrlich. Entweder ich will diesen Adrenalin-Kick, ja? Oder ich will mich einfach nur erschrecken. Ich weiß es nicht, kann das nicht sagen. Kann ich hier wohl nicht rein. Ah ja, ich hab auch gelesen, also... hab ich auch als Pern gekriegt, so dass man, wenn man da unten steht, nicht steht, mit linke Maustaste, dass es... ...da man die Tür nicht hier reingehen kann. Deswegen versuch ich's da auch nicht mehr. Was ist hier passiert? Es sind noch Patienten. Wernicke wartet auf mich. Was ist hier passiert? Was macht Wernicke? Oh, scheiße. Ah, mach schnell, ah, schnell, schnell, schnell. Los, mach die Tür auf, mach die Tür zu. Schnell, weg, 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 weg. Wo kann ich durch? Oh, fuck, da kommt doch einer rein. Mach die auf, schnell. Wieder zu. Schnell, das Ding geht vor. Ja, ah, schnell. So, jetzt kommen die nicht mehr rein. Hier. Alter, 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 was ist da los? Was ist hier passiert? Was ist grad mit der Musik los hier? Ja, warum doch das so lange macht? Tschüssi. Ah, schnell, 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 schnell. Wall Rider. Was ist mit dem Wall Rider? Was ist mit dem Wall Rider? Was ist mit dem Wall Rider? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo kann ich denn kommen? Mann. Ich hab's geschafft. Ich kann drüber springen. Einfach nur durch. Oh, fuck, alter, die verfolgen mich immer noch. Nein, die Tür ist auch noch zu. Nein. Wo soll ich schlagen? Wo muss ich hin? Hier ist auch nix. Das geht doch nicht. Hier komme ich nirgends wo lang. Wo muss ich hin? Ich weiß nicht, wo ich schlagen muss. Alter. Ich dachte, es wäre jetzt vorbei, aber nein. Nichts ist vorbei. Ich weiß nicht, wo ich schlagen muss. Ah, okay, 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 okay. Ich muss hier rein, ja, ja, ja. Komm, hier rein. Schnell, 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 schnell. Alles zu. Schnell. Oh. Ich habe. Ich habe. Ich habe.